So, Hector, we negotiate with terrorists. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Ich glaube, wir sind Detektiv. Das ist also ich und Detektiv. Ihr wisst, wie das funktioniert. Nicht so gut. Ich versuche wieder zu übersetzen, garantiere aber für nichts. Ich würde sagen, Rinder. Der ist jetzt übernommen. Ja. Okay. Dann fliegen wir mal. Ein neues Spiel. Police. Telltale Games and Strand Looper. Herrlicher Kampfpudel. Herrlicher Kampfpudel. Danke. 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 Oh, der. Oh. Good Lord, not another one. Who was it this time? Wittingsworth? Foggins, sir. Blast. Not you, figure of speech. Idiots. You're trying my patience. Let me speak to someone who can get things deaf. Someone who will speak to me politely and will treat me with respect. The next voice I hear had better be courteous at present or I'd kill every last one of his stinking coppers. Sir, if you will, I would suggest Detective Inspector Hector. His people skills are ideal to ensure this situation be settled amicably. Hector? The obnoxious, troublemaking alcoholic? I'm sure he'd consider it a pleasure, sir. Lambert! Oh, don't make me go out there, sir. I told Philomena I'd make it home by six tonight. Alive. We need Hector. Where is he? Oh, right, sir. Uh, he's, um, he's likely off-solving one of the many violent and atrocious murders Klappers-Rick is so famous for. Well, he's your partner. Find him and bring him down here to deal with this shampel swiftly. Hector, sir? You sure? Yes, for God's sake! Get me desk! Get me Hector! Ich mag den Humor ja schon, ne? Oh mein Gott. Okay, wir haben keinen Untertitel. Das ist ein bisschen blöd. Aber er ist im großen Teil sehr englisch, glaube er. Er wohnt. Ist der im Knapp? Oder wo ist der? Okay. What the hell happened last night? Last I remember was doing the conga. With a nun. Or was it a goat? No fat bird lying next to me this time. Good sign. Bit breezy in here. Oh, bleed now. Where'd me kex go? Okay. Okay. Look at double click use. Click drag around. Look around. Click drag to edge. Exit room. Click item. Click object. Click two items. Combine. Click item. Okay. Oh, das kann ja was werden. Hier. Guck dir mal dieses Poster an. Oh, Dame Helen Mirren. You'll always be the only woman for me. Okay. Look at articles. My favorite articles from the daily depress. Okay. This mattress has left countless women filled with regret. Weil hier gerade... Ich denke, seine Stimme ein bisschen lauter machen. Die können wir tatsächlich... Und die Musik ein bisschen leiser und die Sounds ein bisschen leiser machen. It's a great. It's a great. Okay. This is where I keep my toothbrush. Und andere Flaschen. It's one of them cardboard TVs from Currys. Okay. Oh, das Klo. I know. That toilet hasn't worked in years. Doesn't stop me from using it, though. Oh, das funktioniert, nicht? Und er nutzt das trotzdem. Angry Spouse Whiskey. The aperitif of choice for the discerning Lush. Ist das ein Kackhaufen? Look at stack of all takeaways. That's Ratty's area of the room. Ratty's my flatmate. Flatmate. Okay. The remains of last night's party for one. Ist das Blut? Blut? Schickes Bild an der Wand. Mhm. Okay. Okay, wir gehen jetzt. Warte mal. So, bleeden, perb. Some half-wit comedians lock me in. Oh, I wish someone had shut that phone up. Sometimes reading helps me sleep. Usually alcohol, but sometimes reading. Can I admit him kiss next time? My trousers are out there somewhere. Cold and alone. Oh, wire or something. Doesn't work. Okay, okay. Brushing with beer gives my teeth that special sparkle. Mhm. There's something in there. Alter, die Aarschwitze da hinten, ne? I'll need something to pry it off with. Almost busted a nail. Mhm. Okay. Your Flasche. Not much left. I suppose I could carry it around and inhale the fumes all done. Mhm. A classic. Police brutality for dummies. Okay. Let's see if there's something useful under here. Well, that condom's huge. Yeah, of course it is. It's mine. It's a special brand. Coach Pokers. The ladies ask for them by name. Could I just admit them? So that's where the last guy went. Oh. The crew who dug this must have been kicking himself. It leads right into the next cell. Oh, manches möchte ich gar nicht doppelt kriegen, ne? Hector saves Orphanage. Orphans not so lucky. Mhm. In der Flasche? Well, those things together are not bloody likely. Okay. I can't combine those things. Warum nicht? Hm. Hier. What are you, an idiot? Nein, niemals. Now you're just being stupid. Okay. Look at paper bag. Look at condom. Nah, can't be arsed. Well, those things together, not bloody lightly. What are you, an idiot? There's a paper clip down there. Could do as a makeshift lockpick if it wasn't covered in human waste. Hmm, could work as a net, but I'm not sticking me hand down there. Why would I want to carry around a bottle of piss? I can't combine those things. Okay, it's really the latest Maeve Binchy, but don't tell her. Nah. So, you could still... No way, I can't figure it out. Oh! A spoon. Now all I need is some cake. Oh, that phone guarantees some idiots on the other end. Yeah, but where is the telephone? That's done it. What is it there? What is it there? Evil is a foot. Okay. Nothing else in here. What? For what do I need that? Nah, can't be arsed. Now you're just being stupid. Well, those things together, there's a paper clip down there. Hmm, could work as a net, but I'm not sticking me hand down there. Ah! I could use this lace to hang me self. The brand's called Coachbocers. I buy them myself. Angry Spouse Whiskey. Okay. The only thing this net will catch is gonorrhea. Ja. The paper clip has always got to know. Let's go fishing. Hmm. Let's never speak at this again. No, I don't want to talk about it. Even the dumbest lockpicker knows to straighten the paper clip first. Yeah, that's right. Then, that's right. If you're squint, it looks a little like a key. Can't anyone use a phone in this rutty station? Yay. Then, get that out of here. Yeah. Then, get that out of here. Now I know how Mandela fell. That's right. dumm, er an mich. Ah, Moment. Ne, das sollte schon da sein. Sie sind nicht sehr motiviert. Nein, das ist nicht sie. Ich nehme die Auto und komme hier jetzt! Bevor das unsere Hande! Oh mein Gott, wir haben nur noch einen verloren! Ich glaube, mein midmorgen nachzulter. Wir werden warten. Das ist ein super motivierendes. Peedos escape from the cells, yeah, peedow, peedow. Shut it, runt. I'm a bleeding detective inspector. I hate pigs. I liked you better when you was a peedow. I effed the policeman. I don't have time for this. Okay. Now that's just a bulletin board. Get involved in our alcohol for knives program. Is this what passes for a criminal these days? Yeesh. Are you what passes for a cop these days? Yeesh. Police, I need to commander your trousers. Arand, what are you doing here? I have a question about your cheap discount plan. See you around. Police, I need to commandeer your trousers. Are you a peedow or sonny, mate? Oh, perhaps I'll need to work on my opener. Hey, runt. What are you doing here? I stole something. You got me, bruv. Charge me so I can clear off. No, I mean, what are you doing here when everyone else has pissed off? Look, if I go home without getting charged, I'll be dissed off by my crew, yeah? Listen, kid. Wise up. There's no future in crime. Gosh, Mr. Faggs. If I turn my life around, maybe I can be a fat, gutted pig like you. Ouch. Everyone else has pissed off. Why haven't you? I trashed my street cred? No way. Only two more asbos and I'm top of my crew. Mm-hmm. Mm-hmm. We give out asbos like complimentary mints around here, mate. You want real respect? Oh, yeah, bruv? You got something better? How about fightering? How about music piracy? How about first-degree murder? How about innocent exposure here? How about first-degree murder? Yeah, that sounds interesting. What do I have to do, like, time, you know? Well, you'll be out in seven years if you behave. Ah, no, my crew will be dead in seven years. No deal. How about indecent exposure? How do you love? Indecent exposure, like, in the eggs, they call me. Nice tag. What do I have to do? Nothing. I just need some evidence from you to stick in any old unsolved case form. What kind of evidence? You have to get trousers. You have to get trousers. Not... Okay, so, jetzt haben wir seine Hose bekommen. Da passen wir rein. You're disrespected my friends. Not a bad fit, ignoring the smell of urine. Get back here with my trousers, them's mine. Let that be a life lesson to you, you little crud. You want a free ride? Join the police. Okay, wir haben die Hose. Frech, Bot. Was, Bot? Der hätte gern mehr Liebe reingekonnt. Jetzt könntest der am Wochenende machen. Hier, Kaffee. Wir nehmen Kaffee. Dann nehmen's so mit. Sind das... Look at plant? It's said that plants in the workplace reduce tension. We've only had three riots this week. What is this mit tun? It gives the place a somewhat tropical fin. They're mostly here to keep an eye on the employees. We need that from the butchers up the street. I always like to take a few of these. Keeps the stats up and the criminal morale down. Okay. It looks like Wadsworth's aim is improving. It looks like Wadsworth's aim is improving. Was haben wir hier? Oh, nein. Du sollst am Wochenende Meldibe reinlegen, ja. Hab leider immer noch keinen Ton. Ah, eine Schlafbache. Okay. 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 Okay, können wir hier woanders hingehen, oder was ist das? Oh, the smell of clappers, Reek. Oh, wait. There's a dead cat in the gutter. Nein! Was spiele ich denn hier? Okay. Oh, lucky me. They left me with the clapp heap. It's locked. They keep the keys in the lockbox in reception. Okay. Äh, müssen wir mit dem Auto? Also? Jule, komm her, dann kannst du Schlafwache machen, während ich neppe. Die Schlafwache besteht aus einem Nepp. Sehr gut. Das alles erinnert mich an das Frankfurter Bachnuss-Viertel. Nee, eigentlich nicht Hidden Cats. Hector Bad steht da drin. Nee, immer noch nicht. So, wollte schon sagen. Ich investiere. Okay, ich krieg da noch mal eine drauf, okay. Was ist denn das hier? Look at Brick. It's a brick. Nimm mit. I don't think I need this brick. Ja, warum nicht? Witz. Ah, dankeschön, Brücki. Hörst tricks, ladies. Slow today. I can't imagine why. Oh, cripes, I can. That breath could knock a pigeon off a wheelie bin at 200 yards. Listen if you're not buying. Piss off. What's the going rate for an officer of the law of these days? Standard rates apply. Throw in an extra five, then we won't tell the wife. Wife's dead, you trollop. Oh, lucky air. Warum Pause? Ich hab gar nicht Pause gedrückt. Warum pausiert das? Hä? Warum ist das... Ah. Freeber? Du bist der Größe von zwei Männern. Butterball. Du bist glücklich, ich habe dich nicht doppelt. Was kann ich mitbringen? Frische Packung zu Hause. Mit Glitzer. Bin der Jubelüft, ist da da, ja. Ja. Welchen hätten wir denn gern? Näh, wenn denn diesen Erdbeer-Dingans, oder? Yes, in a mirror. Alter, das Spiel ist schon heftig, ne? Hast du nie gesehen, ein Mirror, Schabbage? Hey, wenn es Haut ist, was du kaufen willst, denk mir an mich als extra-value-Fabrik-Size. Ich dachte, ich habe dir gesagt, nicht zu Hause in front der Station. Mhm. Oh, ich bin so sorry, Inspektor. Wie ich gesagt habe, ganz vor, der Untergrund-Park ist viel mehr diskret. Es wird wieder passieren. Wunderschön. Das ist ein bisschen mehr zu dem Imagination. Die meisten von den Männern, die ich sehe, haben einen schweren Zeit, um ihre Brüder zu bekommen. Wer ist dein Vater? Mein Vater hat einen Accountant-Name-Gilbert, sehr respected in seinem Feld. Was ist das für dich? Ich mache es nur smoke-talk. Na, smell you later. Haben wir jetzt Kappa bekommen? Da hast du ein goldenes Kappa bekommen. Cool. Hier. Fünf Abos und 200 Beats. Und das ist alles nur wegen der Julia. So. Schau an die Lantern. Okay. Wir laufen jetzt mal ober hin. Oh. Old Lady. Das Spiel ist schon makaber, ne? Okay. Können wir hier weiter gehen? Ne. Psycho. Psycho. Erdbeer ist gebombt. Sehr gut. Können wir hier lang gehen? Oh. Es ist Trampy Tim. Wie ist es, Trampy Tim? Wie ist es, Trampy Tim? Dein Schmerz ist mein Schmerz. Dein Schmerz ist mein Schmerz. Ja. Ja. Was ist das? Eine Kandelabra. Just like that in the station-kanteen. Okay. Oh. Hier geht's rein. Können wir ihm das hier geben? Ja. Hier geht's. Hier. Hier geht's mal, der Junge. Hier geht's. Juhtes zu arbeiten in Animation. Da hast du noch. Ja, wo starter das ist. Was ist das Wort auf der Straße? Was ist das Wort auf der Straße? Drink! Drink, so! Das ist das Wort auf der Straße. Du bist ein bisschen weniger grün heute. Du hast du schlafen hinter dem Tannen Salon. Aye, well I fell face down in a pot of dog shite. You know, it has a turning effect on the skin. Okay. Hey, I think I saw an empty curry carton in that wheelie bin over there. Me what? You could sniff it and imagine you're having a nice oatmeal. No, no, I want a drink. It's a drink I'm after. You want some spare change? Ach, nooo! I'm afraid we're away on booze, you see. Well, mindless. Any drink on your towel? We don't get it! Okay. Okay. Look at Brogmore, no? What are you, an idiot? Yeah, that's me. Well, well. Looks like someone's been doing a little clapper's window shopping. Hey, nothing that can't be fixed with a crowbar. Okay, here we go. Okay, here we go. Oh, the gutter. I know her like an old lover. Okay, can we do something? I can't combine those things. Why not? I don't do burglaries. That's Russell's department. I'll pass it on. Looks like someone's trying to get on the property ladder. Can we do something else? Can we do something else? No. Is it actually frech, Spenden to ask? No, actually not. I wouldn't say that this is frech. I mean, it's just for you. Oh, that felt good. But I should probably do something else. I can't drive to... Hmm. Okay, we have a Spre... ...brechstange. Yeah, I don't understand anything. Hey, drink. Give me a drink, yeah. Hey, give me a drink, yeah. Yeah, give me a drink, yeah. Yeah, we'll see if we can find a drink. Oh, that felt good. But I should probably try to find the keys. I'll go again. Who needs keys when you've got a crowbar? Ha! Keys! Exactly what I need! Okay. Is there any with? Great out of Britain. Okay. Well, let's shoot the crow. Vor allem ab der anderen Seite ist die Tür doch offen, oder? I should have known it wouldn't be that easy. Okay. Maybe I should take a gander under the bonnet, see what the damage is. What? Let's see what sort of half-assed repair job it'll take to get this rust box mobile. Huh, I think the battery's dead. And it needs a fan belt. Hm. Needs a fan belt, battery charge, and a bit of tough love. Here. Nah. Can't be asked. Wo kriegen wir denn eine Batterie her? Und so. Fan belt? Was ist daan belt? Was ist daan belt? Lifterriemen. Irgendwas Riemiges brauchen wir. Oh, okay. Können wir hier hinten noch irgendwas finden? Können wir hier einfach... Können wir hier noch was mitnehmen? Okay, kriegen wir hier noch irgendwo Alkohol her? Warte mal. Okay. Okay, der wollte doch einen Drink. Was am Arsch? Der wollte doch einen Drink hier hinten. Okay. 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 A thousand thank yous, Hector. You're a true saint. So long, old friend. Okay. Ah, piss off. I liked him better before. I don't know why they call this stuff mouthwash. I use it everywhere. Was ist das? Personally, I rinse with Scotch. Mhm. Oh, Frau, I have perfectly good shopping trolley. Hm. Okay, wir haben jetzt da irgendwas, was auch immer das ist. Hm. Die riecht doch Kredo ein bisschen streng aus dem Mund. Kann ich ihr das geben? You're still short on customers. Maybe this'll help. You're gonna spit or swallow that. Atta, girl. Wanna tag along? I'm sure I can find something better to do. Well, guess it's just you and me now, Slobjiff. Ist das eigentlich eine und dieselbe Stimme, die das hier macht? Okay, hinterher gehen. Darf ich davon das sehen? Ah, hier. Ja. Okay. Ich hab'n Riemen da oben. Und rick noch mal noch einer. Okay. Was ist das? Ich hab'n Riemen. Du hast die Riemen. Ich hab'n Riemen. Krieg' ich jetzt ne Batterie her? Oh, der Taser, oder? Ich hab'n Taser. Ich hab'n Taser. Ich kann mit ihr reden. Es ist eine und dieselbe Stimme, die ja alles vertont. Ich kann mit dem Tazer sehen, die nur die Tazer sehen, ist die gefährliche N-Sex-Best. ich mache jetzt noch ein bisschen die augen zu bis nero anfängt und mittagessen zu bett wenn wir später bis dann auch nur sie gut would you like me to rub your feet no on your bike would you like me to help spread your husband's ashes no beat it would you like me to make you feel like a woman one last time yes I mean no 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 shove of your nanny fiddler is he look I swear to you I'm an officer of the law Das ist das Bühne, was ich überrascht bin. Nichts, nur eine kleine Frau zu uns. Ich kann Ihnen sagen, dass wir nicht in diese Art und Weise verwendet werden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich werde dich nicht verletzen. Ich liebe dich nicht wirklich nachdenken. Back off, Sexpresch. Lucky Larrys Okay, also irgendwie Okay, was mache ich denn mit ihr? Was brauche ich denn das? If she doesn't need that, now do I for that matter Now you're just being stupid Pitching Lady, you're in Cherryfile Kitty's immer noch da Der kann aber auch nicht regnen Kann ich da nochmal hin? Die tun immer noch Dinger I can't drive to the crisis in a shopping trolley, jackass I'm next Back of the queue, buster Hm Ich verstehe das nicht Well, those things together, not bloody lightly What are you, an idiot? Doused in petrol and set on fire Leaflets available at reception It is not racist to hate everyone equally Romero's Pizza Home of the all-you-can-lift buffet Join the fight against brutality Okay Geh ich denn nochmal hin? Ich habe das Gefühl, als hätte ich irgendwo was vergessen Ich glaube, hier habe ich alles Wie komme ich denn an dieses Gerät? Das haben wir ja gemacht Das haben wir ja gemacht Oh Gott Ja, better were you Ja Ja Ich brauche jemanden, der das für mich macht Wer ist Aber wo ist denn Gordon? Kann ich hier weiterlaufen? Das sagt ja gar nichts mehr Ich bin Nummer 636 Right next to the station Some bottle Right next to the station Must have saw me come and done a runner Ja Ja Warum denn nicht? Die pümpern hier hinten noch Ja Kann ich den freimachen? Warte mal Oh ja Kann ich den freimachen? Hey, was machst du? Ah Ah Oh, der hat auch Ausdauer, ja Sorry, punk Loophole in the justice system I have no option Ich weiß nicht, dass ich den freimachen kann I have no option Und das ist der An der Ah, okay, jetzt. Okay, ich glaube, den... Das meinten sie mit dem Tipp. Geh da rein. Oh Gott, ist das übel. Wow. Okay, der ist jetzt sehr unter Strom. Der steht unter Strom. Oh, wow. Dieses Spiel ist wirklich grün. Boah, sag mal. Was? Können wir jetzt da mit dem Auto fahren? Sag mal, geht's noch? Ich glaube, wir hätten noch einfach laufen können, oder?